Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Toob Raider mit dem Volver. Wo sind wir denn hier eigentlich? Kloster an der Schlucht? Ne? Finden sie einen Weg hinaus? Lagerfeuer haben wir gefunden. Ach, jetzt muss ich hier wieder so ein Windspiel machen. Och. Och, nö. Oh mein Gott, wie viel Missionen kannst du denn hier sammeln, ey. Oh, wieder so ein scheiß Windspiel. Ich hasse das. Willst du schon die Dinger aufmachen? Aber warte mal, hier waren wir mal gerade. Und dann musst du... Ne? Irgendwas mit dem Seilpfeil. Ah, da marche ich wieder zu. Hä? Was sollen wir denn bringen? Ah, jetzt ist sie. Oh. Ja. Okay, jetzt muss ich hier wieder zu machen. Damit ich hinten aufmachen kann. Ist jetzt so beschissen wie das andere Windspiel. Oh, fuck. los geht! Was denn? Was denn? Was denn? Ach so. Wie jetzt? Mit der Glocke müsste es gehen. Ja, vielleicht müsste ich sie wieder zu machen. Gucken wir mal. Ja, ich gehe davon aus. Okay, jetzt muss ich weiter aufmachen. Ja. Jetzt gehen die nach der Zeit zu. Okay. 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 Oh. Okay. Oh. Das hat ja gut geklappt. Dreck. Ich bin zu nervös mit der Leertaste. Ich bin nicht zufrieden. Ich bin nicht zufrieden. Ich bin nicht zufrieden. Das ist ein, der ich zufrieden. Du bist so gut. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Sie reden immer über ein Feuerritual. Lara, ich habe eine Scheißangst. Scheiße, da kommt jemand. Sie dürfen nicht sehen. Sam! Ein Feuerritual. Wie auf den Wild in Himikos Grab. Rock, bist du da? Ich bin unterwegs zum Palast. Wenn Sam recht hat, werden die anderen auch dort festgehalten. Ich komme zu dir. Und wir gehen zusammen rein. Okay, hier ist nichts. Ja, alter, hui. Kann ich da nur sagen, hui. Ist da hoch? Hätte er sein können. Da oben habe ich runtergeplupst. Oh, ein Lager. Fünf von fünf Lagern. Gerade als ich dachte, es könnte nicht mehr schlimmer werden. Was waren das für Dinger in dem Kloster? Sie waren gekleidet wie die Sturmwache und ihre Geräusche waren fast unmenschlich. Scheiße, hör dir mal selber zu, Lara. Du klingst wie Dad. Es ist, als wären sie Überreste einer untergegangenen Zivilisation. Okay, jetzt klinge ich wohl nicht hin, Dad. Ich weiß nur, dass sie diese Männer getötet haben. Und sie würden sicher nicht zögern, mich auch zu töten. Das brauch ich nicht. Warte. Daran darf ich jetzt nicht denken. Sam ist in Schwierigkeiten und ich muss sie zurückholen. Sie verlässt sich auf mich. Ich könnte das machen, aber... Das hier mache ich mal. Als nächstes kommt die Schrotplinte. Nur mal das hier. Gut. So. Aua. Ja, was rennst du noch von Stadtfeuer? Dumme Nuss. Ah, da vorne muss ich was... Ein Lichtchen anmachen. Ich glaube, jetzt bin ich unten drunter. Ja. Was ich... Also, oben drüber müsste das gewesen sein. Ja, da oben sind die Seite gespannt. Ach, ich kann hier ja hochgehen. Kann ich auch. Seht ihr das? Nee, kann ich nicht. Kann ich nicht springen? Nee. Ja, was ist das, was ich von... Bäh. Von, äh... Oben schon gesehen hatte. Siehst du da oben? Kannst du rumklettern. Ja, ja, siehst du. Ja, 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 ja. Da hab ich schon gedacht... Oh, da unten ist aber... Ja, ist so einiges. Fehlt aber auch noch so einiges. Ja, 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 ich geh jetzt gleich mal da hinten hin. Und kann ja auch noch hin. Oh, zwei von drei Teilen gefunden. Schön. So. Ja, 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 ja. Ich hab schon falsch gezielt. Ach, komm schon. Oh. Das ist aber echt so ein bisschen verarschen, ne? Leute, ich spiele schon nicht langweilen. Das wär jetzt zu doof. Oh. War der hier auf der Karte? Ja, war aber. So. Nein, du sollst denn da in den... Das war total dämlich. Nein, das war das schon immer noch��. Ach, ne. Ah. Was zur Hölle? Hilfe! Ich bin ein so schlechter Schütze! Okay. Fünfzehn, schämt euch, ey! Fünfzehn, schämt euch! Jetzt war hier nichts mehr da hinten, das ist mir zu doof. Da weiß ich nicht, wie ich das weiterkriegen soll. Außerdem ist der Part schon hier vorbei, Leute! Scheiße! Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal! Ciao! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!